So, wir brauchen ja hier diese KI-Dinger, die KI, äh, Chips. Da ist die Frage, wo ist der nächste? Vermutlich da im Haus. Ich lau aber erstmal außenrum und guck erstmal außenrum ein bisschen. Nicht, dass ich da irgendwas vergesse. Oh, hi! Let's do Drecks, hier hast keine Schnitte mehr, Freundchen, ey! Autsch! Wow, 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 wow! Ja gut, wenn ich vor zwei Zeiten angegriffen werde, haben die doch ne Schnitte. Scheiße! Fuck you! Boah, ist das Ding hässlich, Alter! Hashtag 73! Okay, weiter geht's. Da drüben! Da drüben! Wow. Wow. Oh Gott. Oh 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 Ah, fuck you! Der Tye kippt dann noch so schnell um der Typ, ey. Unglaublich. Jo, 74. Ich weiß auch nicht, warum der jetzt nach vorne gelaufen ist die ganze Zeit. Während ich eigentlich noch mit dem einen beschäftigt war. Warte mal. Machen wir mal anders. Versuchen wir es mal von unten her. Was? Natürlich. Oh Gott. Natürlich. Der Feige ist so ne blöde Pfeife. Oh, komm her, du Grille. Ja. Ernsthaft? Du grängst dich spuckst? Glaub's ja wohl nicht. Ach, come on. Huioioioioioi. Diese dämliche Grille, ey. Meine Güte. Die Viecher sind echt hartnäckig. Muss man halt ein bisschen tricksen, wie man sieht. Oh, ernsthaft? Du komisches Dolchvieh. Verpiss dich. Ich glaub, es hackt. Ach. Glaub's ja wohl nicht. Da attackiert mich das Vieh einfach von hinten. Ich glaub, es geht los. Oh, hier war nirgendwo was glaub ich, ne? Nee. Aber da ist aber glaub ich was drin gewesen, oder? Nee, auch nicht. Okay. Dann können wir hochgehen. So muss das wohl, ja. Einfach von hinten angreifen, die Mistviecher. Ich glaub's hakt. Oh, jetzt haben wir zumindest mal ein bisschen aufgeräumt hier. In so einer Station waren wir ja schon mal dritt, relativ am Anfang. Da oben will ich gleich mal gucken. Oh, hi. Du ist jetzt nicht ausgewichen, Fräulein, ne? Wow, ist er tatsächlich nicht. Der ist einfach ausgewichen, der Hund. Glaubst du's ja wohl. Hü. Schweinehund. Ah, guck mal da. Da liegt ja auch noch was rum. Hier, Fighter 07b. Haben Sichtkontakt. Keine Reaktion auf unsere Funkversuche. Bleiben Sie dran. Verlieren Sie das Ding nicht vorm Schirm. Ah, es hat das Feuer eröffnet. Bin getroffen. Drehe ab. Bin noch einsatzfähig. Warte auf Befehl. Erlaubnis zum Abschuss erteilt. Okay, da hat irgendeiner irgendwas aus der Luft anscheinend ein Feuer eröffnet. Oder vom Boden aus. Interessant. Da muss ja richtig was abgegangen sein, wa? Als der Dings runtergekommen ist. Als der Dings runtergekommen ist. Ach, hier geht's gar nicht rein. Zumindest nicht von der Seite aus, okay. Aber auf der anderen Seite hab ich glaub ich nen Zugang gesehen. Ah, ja. Oh, hi. Uh. Und wieder ein Kartenstück. Ach, guck mal alle an hier. Langsam füllt sich die Karte auf, die wir finden. Immer mehr. Immer mehr. Flugblatt wieder. Flugüberwachensprotokoll. Tridi der Ölenforscher. Ja, da bin ich schon ziemlich lange mein Lieber. Hehehehe. Ne Anleitung. Und ein kleiner Mahlertrank. Was war hier noch? Krug. Da ist ein Spind, den ich auf Offiziersbericht und ein Spind, den ich noch öffnen kann anscheinend. Ja. Alles mal einsacken hier. Elex. Guck. Ne Laserblaster. Ach, guck mal. Interessant. Interessant. Und dann pennen wir mal ne kleine Runde. So, Laserblaster. Ich glaub wir haben jetzt zwei von, kann das sein. Ach, guck. Das ist nur ne andere Ausführung tatsächlich sogar. Das ist... Das ist... Ich hab die... L-S-R-C und das ist die L-S-R-T, die ich jetzt hier gefunden habe. Interessant. Interessant. So. Und dann gucken wir uns doch mal die Briefchen an, die wir gefunden haben, würd ich sagen. Ja. Das Kartenstück 10. Wir haben mal nen See. Noch nen kleinen See. Ja, ja. Ich glaube das wird langsam. Das wird langsam. So. Offizieller Bericht. Vorfall. I-502. Ich erkläre hiermit, dass meine Station nicht über diesen Testflug unterrichtet war. Wir haben alle Vorsichtsmaßnahmen und Vorschriften entsprechend ergriffen. Der Befehl, die Drohne zu ignorieren, ging erst ein, als wir bereits gehandelt haben. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Drohne meine beiden Aufklärungsjäger bereits angegriffen. Sie eröffneten erst daraufhin das Feuer. Weder auf meine Seite, noch auf der Seite meiner Männer hat es einen Fehler gegeben. Unsere Handlungen sind ordnungsgemäß vermerkt worden und uns lagen nicht die genügend Informationen vor. Colonel Wright. Ich habe jetzt glaube ich gar keine Punkte gekriegt für die... fürs Lesen, ne? Flugüberwachungsprotokoll. Arbeitsprotokoll 2711. 0943. Unbekanntes Flugobjekt wurde vom Radar erfasst. Reagiert auf keine Flugsignale. Jäger 07b und 13b darauf angesetzt. 0943, das merken wir uns mal. Das war's glaube ich auch schon. Ich tippe nämlich, dass hier irgendwo safe steht. Auch wenn ich noch nicht gefunden habe. Das ist bestimmt irgendwo safe. 5. 6. 5. 6. 6. 7. 5. 5. 6. 7. 6. aber ich könnte mal gucken wie viele von diesen questgegenständen habe ich denn bereits chips 4 ich hab 4 chips brauchen wir auch nur ja ich glaube das war es also safe habe ich jetzt aber irgendwo gesehen tatsächlich nicht ich denke die wollte 4 haben ja